Also für sowas ist die Sniper ja ganz toll, wenn man ja ganz weit da hinten steht und mal ranzoomen kann, aber trotzdem ist das Nahtladen viel zu lange und wir sind mal ganz im Ernst. Dieses Zielvisier, das entspricht für mich wirklich nur der Sniper. Also wenn ich jetzt mal ehrlich, ich find Left 4 Dead tausendmal besser wie dieses Kartspiel. Junge, nur weil du es dir vor kurzem gekauft hast, musst du jetzt erstens keine Schleichwerbung machen, weil es gibt auch andere schöne Zombiespiele, wie zum Beispiel Call of Duty Überlebenskampf oder Dead Island und des Weiterem. Call of Duty Überlebenskampf, ist das jetzt dein Ernst? Hab ich nur gesagt, damit das keine Schleichwerbung ist. Gott. Sag mal, was willst du denn eigentlich mit deiner Schleichwerbung? Ist dir nicht so, als würde hier irgendjemand den Scheiß gucken? Ja, guckt aber auch jemand. Ja, deine Mama zählt nicht. Pippi, Pippi, Pippi. Ja, siehste, in solchen Momenten soll ich dir helfen, ne? Warte, 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 ich muss nachladen, ich muss stundenlang nachladen. Ach, ich stehe. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Feinde nicht einmal auf die Zielperson sind? Die ist nur auf uns. Ja, du weißt doch schon, wenn die, wenn die die auf die Zielperson schießen, dann sterben die trotzdem. Es ist ja auch wohl ein bisschen unloblich. Ich weiß, der Witz an der Sache ist, die Geisel, die macht nichts und die stellt sich immer vor mein Visierwerk, die Schieße. Das ist doch die Herausforderung, Marc, hast du es noch nicht herausgefunden, meine Güte. Schön, aber die soll mich, die soll mich ja nicht blockieren, die soll mir ein bisschen helfen. Wenigstens einen Schuss abgeben. Herausforderung, das ist die Herausforderung gerade daran. Du musst mit einer, du, du, du musst, ein Lappen ist genug. Nein, die Herausforderung ist eigentlich, ein nerviger Geisel bei dir zu haben. Als ob nicht ein nerviger Typ, Lucas. Nein, ist auch nicht genug. Sag mal, rennen die echt jetzt weg? What? Komm her, hier ist ein Mod. Echt? Ich komme. Ähm, der Gunzlinger für Pistole. Ich habe Shotgun-Mod, Feuerrate. Haben auch noch nie was vom Gunzlinger-Mod gehört. Es gibt jetzt neue Mods, oder? Ja, natürlich, das ist ja wohl auch Standard bei einem neuen Update. Wo es geht. Wohin? Am besten dem gelben Ausrufescheichen entgegen. Oder da, wo die meisten Feinde sind. Weil da, wo die meisten Feinde sind, ist man immer richtig. Puh. Knapp daneben auch vorbei. Yay. Ich habe nur noch 5 Schuss. Das ist ja mal stark. Entweder wurde die Munitions-Raterate verfolgt. Sorge mir vor. Ja. Okay, und wir haben es geschafft. Yay. Mission abgeschlossen. Boah, seit wann gibt es ja 1100 für Belohnung. Das ist verbessert worden. Das ist geil, ne? Junge, das ist viel. Erster Sieg ist Tagesbonus. Ja, da habe ich nach 27 Missionen ja schon 27.000. Junge. Genau. Okay, als nächstes bin ich der Host, ja? Das, wir wollen ja nichts sagen. Zugefügter Schaden. Oh, oh, erlittener Schaden. Oh, oh, oh. Ich war der Beste. Ich war der Beste. Fast überall. Nein. Doch. Doch, ich war der Beste überall. Ha, 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 ha. Äh, zurück. Ja, ich möchte die Sitzung leider verlassen. So, und ich lad dich jetzt mal ein. Ähm, seit wann ist Tolstoi ein Attentat? Das kann auch neu sein. Nein, das war schon immer so. Warum kann ich dich nicht einladen? Und unsterblich. Einladen. In den kleinen Einladen. Alter, ich kann dich nicht einladen. Join mal bei mir nach. Ja, dann geh ins Game. Nein, du. Junge, du kannst mir auch in die Lobby nachjoin. Du bist bei mir noch in den Menüs. Bei mir bist du aber in den Lobbys. Da musst du eben halt warten. Das finde ich jetzt ein bisschen trollig. Wieso kann ich das jetzt hier nicht aktivieren? Ich habe jetzt einen Mod. Wieso kann ich keine Stufe 2 im Mod jetzt? Da muss es wahrscheinlich Stufe 3 sein. Yeah, jetzt haben wir das auch herausgefunden. Juhu, wird ja alles besser. Und zwar für die Pistole. Und Gunstlinge. Kannst du jetzt nachjoin oder nicht? Und äh... Ich... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Halleluja! Yay! Artefakte... Gibt's nicht, schade. Okay, als nächstes... Oh Gott, jetzt kommt der Attentat von Captain Four. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Das wird jetzt Interessant... sein die interessanten zuerst um uns überhaupt schafft ins game rein zu dürfen ich glaube an dich ich glaube ein bisschen wenig ein spiel abkackt was eben auf screen kommentariert ist gut bei mir hat es schon gesagt eliminiere das ziel ist dein ladebalken voll oder noch nicht voll nichts ergesst es hat sich erledigt ja was du ich komm nicht rein du bist nicht drinnen ich bin schon drin ja ich glaube spieler schwer aufgeben das ist doch jetzt nicht dein verkackter ernst oder ich kann das hier nicht ohne dich machen ja dann werde ich das rausschneiden du kannst ich bin auch spiel beenden gegangen ich bin echt bescheuert ich bin nur reingeklettert schule gucken ob hier irgendwas ist ich hoffe dass raps noch aufgenommen hat oder dass du mich mal aus deinem spiel rausgeschmissen hast scheiß game der seilrutsche und so weiter das ist eigentlich genau das gleiche schiff Kraftmanager ja ich kann mich nicht mehr setzen warte wieso ich kann mich nur nicht hinsetzen alter das sind alles nur vier minuten was ist denn da los hä oh alter ich hasse so was lad schneller du verdammter dreck voll geht im gelben Pfad alter das sind nur zwei minuten ich glaube es ja nicht wieso splittet hä wieso bist du so schnell achso ja stimmt wieso ist der falsche ich war ganz warum was der hat der hat die ganze video gesplittet in alle zwei minuten nein hör die ich guck mal ich hör keine moni split movie every 4 gigabytes warum ist ein haken ich muss mein Schild nachladen ich komm wir spielen verstecken mir hat er gesagt nein auch mal komm wir spielen verstecken kommt auf die grafik drauf an ja spielen wir verstecken so ist das Spiel jetzt wieder okay ich will wir verstecken 1 2 3 du bist nein müssen wir nicht Eckstein Eckstein alles muss versteckt sein ey wenn es ein Endgegner ist dann 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 so denn alter wir müssen ihm noch die Venus zweifel ja denke ich mir auch wir sind eh schon scheiße und dagegen noch so ein Endgegner dafür müssen wir nur Ackenkappen machen nein erinnerst du dich an diese auf Laris diese großen Gifttypen Gifturwald Bastarde der muss stärker sein hallo der ist der Endgegner und das war nur kleine Lakaien ja ui oh die haben sie gleich ausprobiert die wechsel ich nochmal in der Woche F ja ah ok ich bin so fixiert ich bin so fixiert auf ich hab das Spiel so lange nicht mehr gespielt ich hab zwischenzeitlich andere Spiele gespielt komm mal her wir sind falsch gelaufen der Typ oh gott er wollte sich nicht mehr machen ich hab nichts gemacht und ich bin die Level auf ihr wollt's gehen wieso ja dafür ist die Seilrutsche da oh oh like a boss jawoll hey ich bin zu weit gerutscht wo ist denn der Typ in der Kettensäge solche fuck mich so ab oh der ist hinter mir oh my god jawoll 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 ich seh ich fang ihn ich fang ihn ich hab redirekt 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 kanns gar nicht ausspielen noch mod ja point strike ich glaube das sind alles ich krieg nur warframe mods aber ich find jetzt geil dass die ein Bild haben und nicht nur und nicht nur diese behinderten äh ja aber ich ich bleibe da jetzt nicht da mitten in den Gegnern stehen um mir die Animation anzugucken wenn man den wenn man nicht den richtigen mod hat ist meine meine waffe auch scheiße in meinen nachladen wo denn oh stark weiß sniper alter und ja ja clip magazin pistolen und 5 5 prozent wieder das magazin fülle ist böse ja ja der Volt wird sich gut an meiner Wand machen zu mir sagt er also zu mir sagt er dieser Volt wird sich ganz gut an meiner Wand machen ja ja weil er mich gerne hat gerne beleidigt also ich glaube da was gegen mich ja nicht sicher aber hey oh das war ein Gegner ich dachte das wäre so eine vorratsprox hoppla schon wieder der mit der katana weg probiert was ist jetzt los nein nein guck mal der hat im Himmel was er denn junge hast du gerade die animation gesehen der hatte also der hat ich habe sein er wusste denn ja so schnell er kommt hier hoch du nennst dich krieger zeige ein wenig wesentlich gesagt zu mir du nennst dich krieger zeig mal ein bisschen respekt jungen gehabt das habe ich voll ausgenutzt jetzt kommt die hohe der schon wieder treffen back nee doch nicht siehst du mich nicht ich stehe direkt hinter dir was junge wie oft denn auch ich bin wollt nicht loki x nicht e die 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 die